Ich bin jetzt Fan und hab jetzt über 1000 Abonnenten auf YouTube. Mach mal einen Song, so als Abonnent-Special. Nee, ich mach ganz sicher keinen Song, nee. Schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag ist ein schönen guten Tag. Schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag ist ein schönen guten Tag. Sinn hab ich gefunden gestern, da war ich draußen im Garten. Und da hab ich den Sinn gefunden, der lag tief im Rasen. Ich hab den Rasen gemäht und dann hab ich da gegraben. Da hab ich dann noch mehr gegraben, auch mit dem Bagger. Und dann hab ich den Sinn gefunden. Den Sinn von diesem Video. Das Video hat nämlich sehr viel Sinn. Und dann ist der Sinn abgehauen, ja. Er ist einfach abgehauen, ja. Und dann hab ich ihn gejagt durchs ganze Dorf. Und durch die Stadt. In der Stadt war er dann ganz kurz weg, da hat er Eis gegessen, wenn ich Pizza gegessen hab. Aber dann ging's wieder weiter. Da hab ich den Sinn gesehen. Und schnell bin ich hinterher gerannt. Und der Sinn hat mich auch gesehen. Und er ist dann weggerannt. Und ich hab mir gedacht. Scheiße, Mann! Wieso rennt denn jetzt der Sinn weg? Das kann doch jetzt nicht sein. Oh nein, dass der Sinn wegrennt vor mir. Denn ich bin doch eigentlich ganz nett. Deswegen sag ich immer Schönen guten Tag, 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 das ist genau das, was ich euch sag. Schönen guten Tag, 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 Zum Abschied sag ich, schönen Tag noch, schönen Tag, schönen Tag, schönen Tag noch, tschüss. Tschüss.